Drei lustige Bewertungen, zwei Fake, eine echt. Finde die echte. Bahnsteig ist in Ordnung, aber das Bahnhofsgebäude ist ein großer Makel. Wurde von Dachziegeln und Mauerteilen am Kopf getroffen, Gebäude sollte wirklich repariert werden. Aber Zug kam pünktlich. Nice. Bester Bahnhof in Schneidach. Wurde leider von jemandem in einem riesigen Hasenkostüm mehrfach beleidigt. Sehr gute Vorschläge, richtig war die Nummer 1. Aus der Rhein Vogelbein.